und hallo und herzlich willkommen auf unserem kanal erklärungsnot mit dem wunderschönen spiel corekeeper und meiner wenigkeit dem harladin aber heute geht es nicht ums spiel heute geht es um die neue corekeeper roadmap da seht ihr es auch seht euch unsere neue roadmap für corekeeper an da wollen wir natürlich reingucken da ja gespannt was hier gibt ne gute nachrichten für alle forscher wir haben gerade unsere roadmap für den rest des jahres 2023 und darüber hinaus aktualisiert von der unterstützung neuer sprachen bis hin zu informationen über das crystal biome update findet heraus worauf du dich freuen kannst und zieht ihr die vollständige bildversion der roadmap am ende dieses beitrags an so update zur spanischen sprache august das wird folgen wir freuen uns ankündigen zu dürfen dass corekeeper august ein update in spanischer sprache halten wird freue ich mich weiter darauf eingehen ganz geiles ding die erweitern also ihr reprätoir was die sprache angeht sind ja schon ziemlich gut und breit aufgestellt und jetzt kommt noch spanish hinzu sehr schön ja modding snk 01 september wir haben eine fantastische modding community bei corekeeper und es ist unglaublich wie viele kreative ideen sie entwickelt haben ihr habt unsere noch nicht gesehen ich sag's immer wieder wir arbeiten schon seit graumer zeit daran die community zu unterstützen und freuen uns sehr im september zum ersten mal ein software die wohl die wohl moment kit sdk in corekeeper zu implementieren das modding sdk wird modern bei dabei helfen mods für corekeeper zu erstellen und zu verarbeiten und es wird spielern eine vereinheitlichte möglichkeit bieten mods zum spielen zuzufügen und zu installieren die offiziellen lösungen die wir vorantreiben sind zu beginn vielleicht etwas beschränkt aber wir wollen den entwicklern alle werkzeuge an die hand geben diese brauchen um ihre eigenen lösungen zu implementieren und die mod unterstützung so stabil wie möglich zu gestalten wir hoffen dass diese dass dies die welt der corekeeper mods für noch mehr forscher öffnen wird das ist schön finde ich aber nicht schlecht gehen wir jetzt mal kurz darauf ein ich persönlich bin absolut kein mod fan ich respektiere und und bewundere sagen wir es mal so bewundere alle menschen die modden können und die mods rausbringen ich erinnere mir wieder an arc survival evolved an gta und so weiter und so weiter es gab unglaublich coole mods unglaublich viele mods das problem bei mods was ich sehe ist immer wenn der modder eine welt rausbringt oder gewisse sachen für das spiel implementiert was sich viele spieler wünschen die entwickler aber sagen machen wir vielleicht mal jetzt nicht und die aber sagen ja wollen es aber jetzt haben und modden das dann ins spiel ist immer geil gerade bei arc survival evolved zum beispiel war das sehr sehr cool da gab es unglaublich viele sachen die man sich gewünscht hat die einfach optisch anders aussahen oder ein bisschen mehr ans bild gepasst haben und schon war das ziemlich geil das problem ist aber sobald ein update kommt müssen die modder ihre mods aktualisieren wenn sie das nicht tun wird die mod mit dem neuen mit der neuen version des spiels nicht mehr funktionieren 7 days to day zum beispiel auch ein gutes beispiel das ist immer schwierig also wenn du modder hast die dahinter sind das ist geil wenn du modder hast die sorgen oh ja hab jetzt mal eine mod gemacht die ist cool die reicht und dann kommen die nächsten zwei updates und die aktualisieren das nicht kann es passieren dein spiel funktioniert nicht mehr beziehungsweise musst du dann die mod halt einfach löschen ja bin gespannt was man bei corekeeper modden möchte ich persönlich bin ja sehr zufrieden mit dem spiel aber natürlich gibt es kreative köpfe die können da zeug rausholen das hast du doch nicht mal in ansatz vorgestellt ganz klar oder wenn ich mal gespannt was da gibt und welche mods zur verfügung stehen aber cool dass die leute unterstützen finde ich sehr sehr geil weil das wird viele leute ziehen weil das interessiert ja tatsächlich sehr viele leute und das sind ja auch sehr viele leute sehr kreativ unterwegs wir haben ja mit dem guten mothership geredet guten kollege unseren insider oder sozusagen bei corekeeper und ja da hat uns ja auch ein bisschen was erzählt was er so arbeitstechnisch macht und ich hab da unglaublich großen respekt davor und bewunderung muss ich den leuten entgegen bringen definitiv weil ich könnte es nicht ich sag's ganz ehrlich ich stecke auch 1000 stunden in so ein spiel aber ich muss ganz ehrlich sagen eine mod machen ist schon nicht ganz ohne ne ja jetzt haben wir hier herbst meine liebe freunde crystal update da ist es ja das kristall update dieses große inhalts update ist für herbst 2023 geplant und wird ein brandneues bio mit neuen feinden materialien fertigungsoptionen und mehr enthalten es wird nicht lange dauern bis du dein christel bist du dein christelanis höhlensystem christelanis höhlensystem erkundest ja eure worte sind echt manchmal ein bisschen crazy für mich erkundest und die aufgegeben neuen ressourcen entdeckst die es dort gibt das dauert nicht lang geht mal eine halbe stunde ich hab's durch ja nicht ganz wir wissen dass ihr euch schon lange auf dieses update gefreut habt forscher deshalb wollten wir euch ein paar einblicke geben was wir uns für die kristall biome ausgedacht haben vielleicht ist euch ja aufgefallen dass wir auf twitter ein paar fragen zum thema nutztiere geteilt haben das liegt daran dass wir gerade darüber nachdenken was wir in den nutztier system mit diesen update noch hinzufügen können zusammen mit brandneuen spielmechaniken einer menge neuer ausrüstung und viel mehr so das ist natürlich geil leute klar christel biome wir feiern es ich freue mich drauf ich habe mich auf jedes biome gefreut ich muss wie gesagt sagen dass die wüste der anfänge leider für mich ja gut das wort durch wachsen also am anfang fand ich es cool mir hat am besten so als so ein wow effekt für mich war eigentlich das azios biome damals weil dieser wald und diese diese flora und fauna fand ich einfach total geil auch der mold dann schon am anfang war richtig cool am ende mega nervig aber am anfang ziemlich cool hat mir sehr gut gefallen gefällt mir auch heute noch sehr gut auch die musik dort nimmt biome gefällt mir sehr gut ich fand auch das sankensie biome cool ich weiß dass ich die die meinung da mit meinen kollegen vom klunger und guten speed tour nicht teile weil die einfach der meinung sind dass dieses boot fahren doch ziemlich anstrengend ist auch der gute michael hat es ja gesagt dass da ja gebe ich denen auch recht es war mal was anderes ich fand es cool dass du mal boot fahren musstest aber es war halt teilweise auch ziemlich anstrengend das glaube ich auch muss ich fairerweise auch sagen das biome was mir am allerwenigsten wir haben schon sehr viel erkunden also ich habe auch dort unzählige stunden reingesteckt um die städte und so zu erkunden auch im nachhinein als wir alles hatten aber das glaube ich das was wir am wenigsten aufgedeckt haben einfach weil das wirklich ja naja es war ein bisschen durch wachsen überall brücken bauen wolltest du nicht war quatsch ne und wir waren damals da gehalten wo die speed und ich haben sie angeguckt als es rauskam auf dieser ja ich weiß nicht was es war und so eine spiele vorstellung und da kam das mit da sind wir extra aufgeblieben ich glaube wir hatten beide frühschichten mussten um vier raus und das kam irgendwann um zwölf oder so wir haben es fast verpasst weil wir gar nicht mehr damit gerechnet haben dann kam das ding und wir fanden es wirklich cool mit den ganzen strand sachen und so aber wir hätten uns wir konnten sich vorstellen wie es abläuft es ist ein cooles biome es hat absolut seine daseinsberechtigung ist auch ziemlich geil auch da entpassen alles aber wie gesagt das ist das was wir am wenigsten einfach erkundet haben ich meine es ist ja auch okay weil es gibt unglaublich viele biome und es muss nicht jedes biome gefallen ganz klar und es sanken sie quatsch ja wüsste der anfänge waren einfach so finde ich die musik cool ich finde die gegner cool ich finde die städte cool cool finde ich dort auch das hoffe ich dass sie beim neuen biome das beibehalten es gibt eben diese kleinen städte dann gibt es diese sagen wir mal diese wie sagt man dazu ich weiß nicht genau ach ich komme nicht drauf ich sage jetzt einfach mal dazu zeltplätze was quatsch ist aber zeltplätze wo eben diese diese ninja gegner sozusagen wohnen ihre bereiche dann hast du diese diese ruinen städte dann hast du diese lava dungeon sozusagen oder diese lava mini biome nochmal im eigentlichen biome drin und hast draußen noch ein paar gegner das fand ich ziemlich cool das erkunden war sehr anstrengend ganz klar aber das ist es immer weil es ist immer riesig ne und ähm ja materialen waffen fand ich ziemlich cool auf jeden Fall von dem update äh weil das für mich ging das so ein bisschen die future richtung weiß nicht ob es so geplant war aber für mich ging das so ein bisschen die future richtung und das ist ja auch so bei vielen aufbauspielen dass du dann halt einfach quasi epochenmäßig weiterkommst äh auch bei oder was er dann so hat es irgendwann schusswaffen und und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter ne laser waffen und steigst das quasi da auf und ähm ja bin ja auf jeden Fall fand ich ganz cool war aber auch nicht mehr unbedingt lieblings biome wie ich schon sagte beim crystal lake biome bin ich echt gespannt oder beim crystal biome da bin ich echt gespannt weil das könnte wieder mal richtig geil werden und ich freue mich auch richtig drauf bin auch mega gespannt was er einbauen weil da lassen sich ja nicht lumpen das muss man ja sagen also die events und alles was ihr dort an arbeit und zeit reinsteckt ich kann es nochmal wieder sagen ich hoffe auch mal irgendwann dass die anderen entwickler das hören einfach oder dass es weiter getragen wird nicht weil ich jetzt dafür anerkennung möchte sondern weil es einfach meine ehrliche meinung ist und auch viele weiß ich nicht vielleicht aber viele denken vielleicht sogar so hey du schwärmst du von dem spiel ey du kriegst dafür kein geld nein das ist richtig ich will auch kein geld haben ich hab das spiel gekriegt und das zu einem absolut mega fairen preis und es ist für mich persönlich und da kann jeder sagen was er will ist mir egal aber meine meinung ist es nun mal und bleibt es auch für mich eins der besten survival crafting games die ich in den letzten jahren gespielt habe definitiv und die demo war schon überwältigend da wusste ich schon das wird mein ding na oder unser ding gott sei dank aber meins auf jeden fall gott sei dank gefällt es uns allen michael noch dazu gewonnen was auch sehr sehr geil ist und das wird immer besser es wird immer besser immer cooler klar spielen wir nicht jeden tag klar können wir war ja beim letzten mal aus wir haben ja gesagt wir machen es nicht für klicks und wir machen nicht nur das neue zeug wie gesagt im moment wer den kanal verfolgt wird sehen ich lade sehr sehr viel zelda tears of kingdom hoch und ihr könnt bei cloud ich glaube das spiel ist krank groß also das ist eines glaube ich der größten spiele die ich momentan spiele und das kostet unmengen an lebenszeit es macht spaß es ist in meinen augen viel zu übertrieben es gibt viel zu viele rüstungen es gibt viel zu viele gadgets die du vielleicht gar nicht brauchst ich möchte euch natürlich so viel wie möglich lösungssachen geben und euch das zeigen weil es mir auch einfach unglaublicher spaß macht aber es ist halt ein großes projekt ich werde es dann irgendwann abflachen lassen weil du wirst ich werde es nicht bis zum ende so hardcore durchspielen können sag ich mal weil wieso da bin ich in den nächsten 30 jahren noch beschäftigt aber das hat ja jetzt einfach erstmal priorität und ich finde es ja schade muss ich echt sorgen weil ich habe jetzt die tiere in unsere lager gelockt und hoffe jetzt auch dass ich endlich mal guck hier weiter zocken kann wenn das biome rauskommt gibt es da für mich auch kein zucken und kein halten mehr ganz klar deshalb arbeite ich auch mit zelda so weit vor dass ich da dann definitiv zeit habe und ja muss euch auch ein bisschen einteilen wir sind auch nur ein kleiner kanal und das ist halt auch schwierig man muss auch alles selbst machen so jetzt habe ich auch ganz schön gequatscht so update zum jahresende winterupdate unabhängig von unseren sessionalen weihnachts events das jedes jahr wiederkehren wird und jederzeit im menü wie gameplayeinstellungen ganz wichtig eingeschaltet werden kann werden wir diesen winter ein zusätzliches jahresendupdate veröffentlichen oh geil dabei handelt es sich um ein kleines update das nichts mit dem sessionalen ereignissen zu tun hat wir können euch zwar noch nicht verraten was genau auf euch zukommt aber wir arbeiten hart daran euch etwas lustiges für das neue jahr zu bieten oh und wie wir gerade vom neuen jahr sprechen unterstützung für weitere sprachen 2024 also auch hier wird darauf eingegangen lese jetzt mal nicht vor scheint über mich bevor wir 1.0 erreichen wir haben uns vorgenommen corekeeper mehr forschung zu machen also ok ja bevor sie eben diese finale version erreichen wollen sie die sprachensache ausbessern das finde ich auch sehr cool weil ich glaube das spiel kommt wirklich ganz gut an und das ist schon ziemlich cool ein hoch auf die zukunft von corekeeper da gehe ich gleich darauf ein oben es kann es ist kaum zu glauben dass wir schon fast die hälfte des jahres 2023 unter uns haben das ist traurig und krass ja es fühlt sich wirklich an als wäre es gestern gewesen als wir unsere letzten roadmap veröffentlicht haben gefühlt ne wir hoffen ihr seid genauso gespannt auf die kommenden inhalte wie wir und wir würden uns freuen wenn ihr uns eure meinung in den steam diskussionen auf twitter oder im offiziellen corekeeper discord server mitteilt das haben wir halt nicht so aktiv das muss ich ernsthaft zugeben mal das befehlen vielleicht ein bisschen ja das freut uns natürlich auch liebes cokeeper team wir sind mehr gespannt ich liebe auch das bild einfach ich mag es einfach ich finde es einfach geil das spiel so update für sprachen august da ist es modding update dann ja 070 ach so ok da steht sogar diesmal die zahl davor auf was es dann quasi gemoddet also gepatcht wird sozusagen cool also crystal lake biome wird 7.0 sein großes update jahres 1 update kleines update aber trotzdem auch die kleinen updates ist also das weihnachts update war legendär klar haben auch viel genutzt schon und wir feiern uns immer noch mit den stollen alles super cool und winter update finde ich cool weil ich habe diesen schnee und das eis das fand ich so mega geil und jetzt mit diesen klausplatten kannst du noch so viel machen da freue ich mich drauf was da kommt echt da bin ich echt mal gespannt und zusätzliche sprachen unterstützen natürlich auch cool dass da jetzt noch mehr leute vielleicht die weg zu kurke überfinden und natürlich es wird noch mehr folgen veröffentliche updates early access start ost event also das alles schon abgehakt ja da können wir mal sehen was alles schon gemacht wurde kirschbiedenfest also wahnsinn 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 und das update unten ist auch mega krass also da hast du eigentlich schon genug zu tun jetzt erstmal importiere zu holen die ressourcen zu sammeln das hat mir auch spaß gemacht wir haben die tiere jetzt im lager wir können es euch noch nicht zeigen aber wie gesagt wir sind noch nicht zum aufnehmen gekommen wieder gemeinsam noch klung und ich vielleicht wird es nächste woche mal zumindest an einem rechner müssen wir sehen genau aber das haben wir schon gemacht und das ist mega cool gibt es natürlich einen fetten daumen da oben das machen wir hoch auf 600 darf ich achso jetzt okay das muss auf 10.000 hochgehen leute ihr müsst hier klicken das ist ein geiles spiel wer es noch nicht hat wer jetzt auf unseren kanal gekommen ist und vielleicht sagt was ist das denn warum machen die die ganze zeit so ein spiel und vielleicht jetzt durch zelda zu uns gekommen ist ich kann euch nur empfehlen lautet euch dieses spiel runter ehrlich ohne mist selbst wenn du nicht tausend stunden versenken willst hast du hier zu tun und das macht mord spaß wirklich kann es euch nur empfehlen und der preis ist mega gut wirklich mega gut ja hier kommt unity wrap up wrap up 16 juni 2023 sommer ist genau das kommt schon das hatte ich also habe ich nicht euch gezeigt aber ist cool gemacht ja so ne da gab es halt so ein paar bilder kann euch auf youtube angucken mache ich jetzt nicht ähm wo zum beispiel jemand so eine what kind of cattle what kind of cattle would you like to see ocean bays genau ich wollte sagen atlantis aber ocean bays gebaut hat muss ich aber dazu sagen ist ganz cool gemacht echt nicht ganz nicht ganz schlecht auf jeden fall ihr habt auch die tiere ich bin auch wir haben ein paar schöne bilder wenn ich mal zeichnen könnte das kann ich halt nicht ja nicht schlecht anime style geiles ding fett kann man angucken ne sonstiges wurde geändert genau gibt es nämlich noch ein paar patches die ein paar sachen behoben haben ein paar fehler sag ich mal ja was haben wir dazu leute geiles ding geiles ding wir freuen uns natürlich wie ein schnitzel ähm sind gehypt wenn es dann auf twitter bilder gibt wird das doch gute klunker machen das wisst ihr ja weil ich habe kein twitter er kümmert sich darum ich mache sowas hier manchmal auch zusammen wenn es funktioniert lieber julian wir freuen uns natürlich riesig drüber wir freuen uns riesig drüber freuen uns auch auf neue musikstücke die wir vielleicht zusammen machen ich bin sehr gespannt was im crystal biom auf uns zukommt auch in dem kleinen winter update und was dann mit den tieren noch weiter geht weil bis jetzt ist ja das problem ihr müsst wirklich die nutztiere einfach dort nutzen wo sie sind was machbar ist ihr könnt euch dort ein portal stellen das ist ja das gute ja mittlerweile könnt ihr einfach hinspringen holt euch die ressourcen springt wieder in euer lager und fertig ihr müsst die nicht unbedingt ins lager holen natürlich waren wir solche kaputten leute ich habe ungefähr ich glaube eine stunde das reicht nicht zwei drei stunden gebraucht um einen weg zu bauen bis zu den tieren und dann bestimmt noch mal eine stunde um die in unser lager zu holen drei vier stück ich habe also wir haben jetzt morgen ziegen schafe also alles was gibt haben wir jetzt und das ist ziemlich cool und dann bin ich mal gespannt ob es dann vielleicht eine einfache variante gibt weil als fleisch ressource dient es ja jetzt nicht weil ihr müsst das ja jetzt mal wiederholen das ist halt unglaublich aufwendig und vielleicht gibt es dann eine möglichkeit die mit der loge zu nehmen oder eben keine ahnung mit ins portal oder whatever oder vielleicht kannst du auch reiten dann war auch cool ich meine brauchst du nicht mehr als fortbewegung trotzdem ich fände es ganz geil auf jeden fall weil ich feiere die tiere echt auch die die bekleider finde ich richtig cool auch der flunder finde die mega geil also macht richtig spaß und auch der michelle ja schönes ding so ich habe mich hier um hals und kragen gequatscht leute es tut mir unendlich leid ich hoffe ich habe ich nicht zu sehr gelangweilt ich hoffe ihr findet es auch cool schreibt es in die kommentare was ihr davon haltet lasst gerne daumen nach oben da und unterstützt die leute abonniert den kanal dass er nichts im kanal dass er nichts mehr verpasst ähm von cokeeper gern auch wie gesagt das kurz sofer und twitter hier dort rein und heute auch zelt der musik machen julian wir hatten es besprochen ich weiß und du hast gesagt über guckst mal ich habe auch ein bisschen was gefunden ich schaffte einfach moment nicht leider fehlt mir ein bisschen zeit wenn halt auch nebenbei arbeiten muss das familie das ist echt schwer und solche spiele sind ja auch immer zeitfresser was cool ist auf der einen oder auf der anderen ort auch immer schwierig einzutacken aber das wird alles sicherlich noch kommen wir sehen ja schreibt mal rein wie ihr es findet auf was freut ihr euch am meisten michael auf dich kann ich zählen das weiß ich du schreibst auf jeden fall und falls ich was vergessen habe über julian gern ergänzungen ansonsten bin ich richtig gehypt ich freue mich richtig drauf ernsthaft also auf das crystal biome ich bin gespannt was kannst du wieder vor ort entdecken was gibt es für endbosse diesmal ne kann man auch noch drüber reden was gibt es im crystal biome für endbosse ganz ganz interessant ich glaube das christbium wird aber nochmal extra angekündigt deshalb werde ich da jetzt nicht so weit drauf eingehen vielleicht ist er dann auch der klo oder speedy da kann man ein bisschen besser diskutieren oder mit michael vielleicht sogar was wird rauskommt was nicht das machen wir ja gerne mal philosophieren drüber das lasse ich jetzt mal sein wir haben schon so ein paar anspielungen gemacht mal sehen was dann letztendlich sich durchsetzt was wir denken das letzte mal lag man gar nicht so falsch bei der wüste der anfänge auch was für gegnertypen gibt und 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 dann ist ja auch meistens so wenn so ein großes biome kommt dann wird auch das restspiel ein bisschen verändert na also da kommt vielleicht auch noch mal ein neuer gegner dazu oder irgendetwas Entschuldigung werden wir sehen ne ich bin echt gespannt ich bin gehypt ich bin gespannt ich freue mich drauf das finde ich auch super geil hier update des jahres super super cool auch neue sprachen immer cool wie gesagt für die modding community mega gut auch da darf man sehr gespannt sein was da auf uns zukommt was da für mods noch geben wird und ob sie ob sie da welche offiziell zulassen das gibt es ja auch manche spielen dass sie dann halt offiziell diese mods empfehlen da bin ich auch mal sehr gespannt und ich glaube die leute von guck über auch leute so ich danke euch fürs zuhören hoffe ihr hattet spaß und das war ein bisschen informativ ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten video von erklärungsnoten einschaltet vielleicht sogar zu kooper ansonsten haben auch noch genug andere projekte im moment und ich sage danke fürs zusehen bis zum nächsten mal und ein mit einem öl